Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Man hört es ja immer wieder, wer einen plötzlichen starken Schmerz im Herzen verspürt, der sollte möglichst schnell in ein Krankenhaus gebracht werden. Es könnte sich um einen Herzinfarkt handeln und da darf man keine Zeit verlieren. Aber auch die Krankenhausärzte müssen erst einmal feststellen, was denn da wirklich wehtut und sie dann ganz schnell dementsprechend auch behandeln. Und dafür gibt es sogenannte Chest Pain Units. Bei mir ist Prof. Dr. Dirk Werner, er ist Chefarzt der Kardiologie und Angiologie an der Asklepios Klinik Parchim. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Werner. Gerne. Sie haben ja so eine zertifizierte Chest Pain Unit bei sich im Haus. Ich frage mich jetzt, was ist das? Ist das ein Gerät oder ist das eine Abteilung? Was ist das? Das ist eine kleine Abteilung in räumlicher Nähe zur Notaufnahme und zur Intensivstation und auch zum Herzkretellabor, wo zunächst Patienten kommen, die einen Herzinfarktverdacht haben und dann mittels EKG, Ultraschall, Laborwerten abgeklärt werden, worin die Ursache dieses Brustschmerzes besteht. Ganz häufig ist es eben dieser Herzinfarkt oder eine Durchblutungsstörung der Herzkranz gewesen und dann werden die Patienten in das Herzkretellabor verbracht, wo man ihnen hoffentlich helfen kann. Aha, das heißt, es dient einmal der Diagnose, aber es dient ja auch der Behandlung. Beides, genau. Die Chest Pain Unit ist zunächst die Abklärung des Brustschmerzes. Ist es zum Beispiel ein Herzinfarkt, ist es eine Lungenembolie, ist es ein Einriss in die Hauptschlagader oder auch vielleicht eine etwas weniger kritische Ursache des Brustschmerzes und dann die spezifische weitere Diagnostik, CT oder Herzkranzellabor und anschließend die Behandlung. Aha, das heißt, es gibt also schon so ähnliche Schmerzen, die man verwechseln könnte? Mit einem Herzinfarkt? Ja, der Herzinfarkt selber hat diese Charakteristika, der Druckschmerz oder der Brust ausstrahlend in den linken Unterkiefer und den linken Oberarm. Aber es gibt auch andere Probleme. Lungenembolie und den Einriss in die Hauptschlagader, die sogenannte Ortintersektion, können ebenfalls lebensbedrohliche Krankheitsbehörde darstellen. Es können natürlich auch, wie eine Lungenentzündung oder eine Lungenfellentzündung, eine sogenannte Pleuritis, andere nicht so kritische Erkrankungen, ebenfalls heftige Brustschmerzen verursachen. Ja, auch ein starker Husten, also manchmal so zwischen den Rippen tut es dann weh, man kriegt keine Luft mehr, das kann ja auch sein. Es kommen auch nicht wenige Menschen, die Probleme mit der Wirbelsäule haben und Bandscheibenprobleme, die sich eben auch als Brustkorbsschmerz äußern, aber dann eben nicht dieses zeitkritische Moment haben, wie Herzinfarkt oder ähnliche Erkrankungen. Ja, Sie haben uns da ja so ein schönes Modell mitgebracht. Können Sie uns daran erklären, was bei einem Herzinfarkt eigentlich passiert? Ja, ganz kurz, also das Herz braucht ja sehr viel Sauerstoff, weil es täglich schlägt. Circa schlägt das menschliche Herz drei Milliarden Mal in einem Leben. Und das Herz hat außen einen Kranz von Gefäßen, die sehen Sie auch oben drauf, die liegen wirklich außen drauf, sozusagen, und versuchen das Herz permanent mit frischem Sauerstoff, mit frischem Blut. Die Kranzgefäße heißen auf Griechisch Corona, deswegen heißt das eben auch die Koronarien oder die koronare Herzerkrankung, hat vielleicht der eine oder andere Betroffene schon gehört. Und bei einem Herzinfarkt ist eins dieser Gefäße verengt oder gar komplett verschlossen und das dahinterliegende Areal kriegt dann kein Blut und stirbt ab. Oh ja, und zwar sehr schnell, oder? Sehr schnell, sehr schnell. Und das Problem ist, wenn es eine größere Art ist, nicht bloß das Absterben ist ein Problem, sondern das akut infazierte, also Herzinfarkt, Abschnitt kann Rhythmusstörungen, auch tödliche Rhythmusstörungen verursachen. Deswegen sind diese Chespion-Units auch immer in Nähe zur Intensivstation, dass auch jederzeit, solange dieser Prozess noch nicht behandelt ist, eine Wiederbelebung stattfinden kann, weil der akute Herzinfarkt oft auch gefährliche Rhythmusstörungen verursacht. Ist es eigentlich so, dass man, das sind ja glaube ich drei große Äste, bei diesen, bei den Koronargefäßen, bei den roten. Sie sehen das, ich zeige das mit meinen Fingern, stimmt genau, dieses, dieses und dieses sind die drei großen Kranzgefäße. Ja, genau. Das, was da oben drauf ist, darüber reden wir gleich noch, aber bei den dreien ist es so, dass es schon gefährlich ist, wenn nur einer der drei Zweige zu ist? Ja, also wenn das große Gefäß zur Herzvorderwand oder das große Gefäß zur Herzhinderwand verschlossen ist, kann das ein lebensbedrohlicher Herzinfarkt sein. Ja. Und auf jeden Fall stirbt ja ein relevanter Anteil unseres menschlichen Herzmuskels unwiederbringlich ab und verursacht für das weitere Leben eine Herzschwäche. Ja, ja. Ich möchte gerne nochmal, das können wir glaube ich erst nochmal wieder wecklingen, ich möchte gerne nochmal mehr wissen über die Symptome. Also auch über die Frage, wann sollte ich denn da zu Ihnen kommen? Denn Sie haben ja schon gesagt, es kann ein starker Schmerz sein in der Brust, wovon ich aber gar nicht sicher sein kann, ob es das nun wirklich ist. Aber es gibt ja noch so Nebenerscheinungen. Ja, in dem Augenblick, wo das Herz aufhört effektiv zu schlagen, entwickelt man Luftnot. Also heftige Luftnot, die nicht wieder weggeht, gerade bei Frauen ist das oft das führende Symptom sozusagen, sollte man ebenso die Notaufnahme aufsuchen und dann eben in eine Chespion überwiesen werden. Also nicht bloß der aktive Schmerz im Brustkorb oder zwischen den Schulterblättern, sondern auch die akute Luftnot, die schlagartig einsetzt. Man sagt, was ist jetzt los, was habe ich jetzt? Man merkt, diese Luft wird auch nicht wieder besser. Ist genauso ein Grund, auf seine Chespinione zu gehen. Also ein typisches anderes Leitsymptom ist die schwere, nicht wieder weggehende Luftnot. Ja, die man nicht verwechseln sollte damit, dass man mal 20 Kilo abnehmen sollte, wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, ah, ich bin immer auf der Puste, aus der Puste. Charakteristisch ist das, diese Luftaufschlag, Sie sitzen jetzt hier und ist plötzlich die Luft knapp. Es ist nicht so, dass Sie jetzt Treppen gestiegen und ist immer wieder die Luft knapp und ist vielleicht etwas kräftiger, sondern einfach, es ist Aufschlag, was ist jetzt mit mir los? Ich kriege keine Luft mehr. Irgendwas stimmt nicht und es wird auch nicht besser, sozusagen, diese Luftnotenbeschwerden, meine ich, die sollten auch da entführen. Oder natürlich sozusagen, das Herz ist ja auch ein Taktgeber, man kippt plötzlich um, verletzt sich und hat kombiniert zur Luftnot oder so dem Brustschmerz eine Bewusstlosigkeit erlitten. Das wäre auch ein ganz dringender Grund, so einen Chespinionet aufzusuchen. Das heißt praktisch, ich rufe den Notarzt. Ja, praktisch den Notarzt und er entscheidet nach Dringlichkeit, ob ärztlich oder durch einen Notfallsehner hier begleitet, sie ins nächste Krankenhaus gebracht werden und dann in eine spezialisierte Behandlung überwiesen werden. Zum Beispiel eben in eine zertifizierte Chespin-Unit, wie bei Ihnen zum Beispiel. Was, also wenn Sie denn festgestellt haben bei sich in dieser CPU, das ist ja so die Abkürzung, die Sie dafür haben, dass es sich tatsächlich um eine Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße handelt, also um einen Infarkt. Ja. Was machen wir denn dann? Also wenn man nachhand von EKG oder entsprechenden Laborwerten gesehen hat, das ist ein Herzinfarkt oder ein hochgradiger Verdacht auf einen Herzinfarkt, macht man eine Herzkatheteruntersuchung. Diese Herzkatheterlabore sind innerhalb ganz weniger Minuten dann auch von der Chespin-Unit erreichbar, sozusagen. Und dann untersucht man das Herz mit einem Herzkatheter. Diese Herzkatheter sind so 1,7 bis 2 mm groß. Man hat in den beiden Beinen oder ja an den Armen einen Puls, den punktiert man, führt den Herzkatheter hoch. Ich nehme nochmal mein Herzmodell. Ja, ja, gerne. Sondiert dann sozusagen die Kranzgefäße und guckt nach, wo sitzt der Übeltäter, welches Gefäß ist verstopft und verengt. Sozusagen, wenn man denn die Stelle gefunden hat, führt man über diesen Herzkatheter, der dann... Über den Arm, genau. Über den Arm, einen ganz feinen Draht ein und du stößt erstmal den Verschluss. Dass überhaupt erst wieder Blut in das Areal kommt, sozusagen. Dann weidet man es und zum Schluss ist das allgemeine Ziel, wir haben sowas auch mitgebracht, einen Stent einzusetzen. Dieser Stent liegt dann auf dem Katheter. Ich weiß nicht, ob Sie sagen, Frau Kahler. Und diesen feinen Stent bringt man vor, der wird dann mit einem Ballon aufgeblasen, aufgeblasen, verbleibt im Kranzgefäß, drückt diese Verengung in die Gefäßwand, bringt das Gefäß auf das normale Lumen wieder, auf den normalen Durchmesser und dann kann man das gesamte System wieder rausziehen. Ja, das ist ja nicht so dick, ne? Das ist ja dünner als die Spirale hier drin in dem Kugelschreiber. Ja, der Durchmesser eines Standard-Herzkatheters ist 2 mm. Das heißt, den merke ich gar nicht nachher? Das Gefäß ist manchmal auch bloß 2-3 mm groß. Das merkt man teilweise schon. Beim Einführen? Beim Einführen, ja. Aber den Eingriff am Herzen selbst merkt man gar nicht. Ja, aber der bleibt ja drin. Das Stent muss drin bleiben, weil ja diese Verkalkung, die Sie im Verschluss verursacht hat, sozusagen in die Gewand drückt und das Innenlumen des Gefäßes freigibt für neues Blut. Ja, okay, und dann bleibt er drin. Und es ist ja Metall. Habe ich damit dann irgendwelche Probleme bei irgendwelchen anderen späteren ärztlichen Untersuchungen? Dieses ist nicht rostender medizinischer Hochedelstahl. Das ist so leicht und... Ja. Das macht gar keine Probleme. Das würde auch nicht bei irgendeiner Untersuchung, MRT, Röntgen, irgendwas, weil es Metall ist, irgendwie... Das Metallische macht kein Problem. Es gibt aber einen, gut, dass Sie die Frage stellen, ein ganz wichtiges Problem, Man schafft jetzt auch auf eine Strecke, die sind zwischen 8 mm und 38 mm, also diese Gefäßlänge, ein kleines Metallgerüst in das Gefäß. Und das muss ja erst einmal einwachsen. Zunächst ist es ja ein kleines Metallgerüst. Und das muss von Innenhaut überzogen werden, von dem sogenannten Endothel. Und in der Phase, wo das noch nicht überzogen ist, können sich da neue Gerinnsel ablagern. Man kriegt bestimmte Medikamente, wo man auch ganz zwingend nach Vorgabe der Kollegen dann auch einnehmen muss. Bis dieser Stand überwachsen ist von gesunder Gefäßinnenhaut. Aha. Und überhaupt zuwachsen, das ist doch auch immer so ein Thema bei solchen künstlichen Offenhaltungen. Kann der wieder zuwachsen später? Ja, das war früher ein durchaus größeres Problem, dass in dem Stand diese Innenhaut zu viel einwuchs, sodass die heute bei uns und eigentlich in ganz Deutschland verwendet nicht beschichtet sind. Die haben eine kleine Beschichtung, dass der Stand zuwächst, einwächst, aber nicht proliferiert, also er sich nicht verengst, sondern bloß so viel, dass er Teil des Gefäßes wird, ohne selber eine Einengung zu schaffen. Und das gelingt heutzutage relativ zuverlässig durch diese Beschichtung. In diesem kleinen Stand, den man selber kaum sehen kann, sind noch so kleine Einfräsungen, in denen Medikamente drin sitzen. Ja, okay. Jetzt auf dem Herzmodell sehen wir ja schon Bypässe. Ja. Da oben drüber. Bypässe wirken auf mich wie die größeren Geschütze. Wann kommt es denn dazu, dass man sozusagen von außen das Herz umgehen muss und es nicht mehr mit dem Stand funktioniert? Ja, dieses Modell zeigt auch gleichzeitig, wie Bypässe Verschlüsse an den Kranzgefäßen überbrücken. Sie haben völlig recht, das ist der größere Eingriff. Im akuten Infarkt strebt man eigentlich ein, dass man das akute Gefäß damit eröffnet, dass das Herz eben nicht abstirbt und Blut kriegt. Wenn man einmal länger streckig Verschlüsse hat oder viele komplexe Verengungen sozusagen an den größeren Abschnitten der Kranzgefäße, kann man von der Hauptschlagartner neue Gefäße schaffen, die Bypässe, Bypass etwas überbrücken sozusagen. Und wenn man jetzt hier oder hier Verschlüsse hätte, kann man ein Bypass, das wird aber herzchirurgisch unter Eröffnen des Blutbrustkorbs eingesetzt, sozusagen mit Bypassen, chronisch das auch stabilisieren. Ja. In der Akutphase ist es sehr selten, nur in ganz speziellen Situationen, bei chronischen Durchblutungsstörungen kommt es häufiger vor, dass die sicherste Lösung dauerhaft solche Bypässe sind. Ja, wo werden die gemacht? Die werden herzchirurgisch eingesetzt, man eröffnet den Brustkorb durch einen medialen Schnitt oder durch einen lateralen Schnitt in den Herzchirurgien und da werden diese eingesetzt. Ja, also bei Ihnen im Haus? Wir haben einen Kooperationspartner, das ist bei uns konkret die Universität Rostock, wo wir eine sozusagen dauerhafte Verbindung, 365 Tage, 24 Stunden hin haben, hier, wenn wir ein akutes Problem haben. Ja. Sie sprachen ja vorhin schon an, dass es auch andere Erkrankungen gibt, zum Beispiel Einrisse an der Hauptschlagader, können eben als einen sehr, sehr heftigen Brustschmerz versuchen, und die müssen dann auch akut operiert werden. Und dafür ist es eben wichtig, dass jeder dieser Chespinionis einen herzchirurgischen Kooperationspartner hat. Ja, ja. Also aus Sicht des Patienten ist es ja keine Kleinigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es, ne, ne, da hat ja auch Angst, also allein ausgelöst auch schon durch die Krankheit. Sie machen das ja, glaube ich, sehr oft, oder? Also auch, weil Sie ja sagen, mit dem Kooperationspartner ist man gut eingespielt. Ja, ja, also wir haben bei uns in Parchim konkret eben sozusagen circa 400 Patienten mit akuten Herzinfarkt pro Jahr. Und man rechnet, insgesamt werden in Deutschland 190.000 Menschen wegen akuten Herzinfarkt aufgenommen in Krankenhäuser. Okay, 400, das heißt ja mehr als einer am Tag. Ja, das wäre die praktische Konsequenz, ja. Ein bis zwei Patienten durchschnittlich pro Tag. Ein großes Einzugsgebiet. Ja, Parchim liegt ja im ländlichen Bereich, wo das Einzugsgebiet naturgemäß recht groß ist. Ja, genau. Wenn Sie jetzt ein Stand eingesetzt haben, wie fühlt sich, also wie schnell ist der Patient danach wieder er selbst? Also, fast alle Patienten, wenn man das Gefäß, das wirklich verschlossen hat, wieder auf hat, merken eine Verbesserung sofort. Also die Standardantwort, wenn ich dann frage, ich sehe das Gefäß fließt wieder in der Röntgenröhre, die den Patienten dann überröntgt, das würde ich schnell empfinden sozusagen, man sieht das Gefäß, merken fast alle eine sofortige Besserung. Bis dass der Schmerz auch wirklich komplett abgeklungen ist, das dauert schon Stunden. Ja, genau. Also man sagt, oh, es wird leichter, würde ich sagen, sagen fast alle, aber wirklich eh dann sagen, es ist gut, das ist dann meistens eigentlich erst auf der Visite am nächsten Morgen der Fall. Ja, immerhin. Ja, natürlich. Da ist man dann wie neu. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, Instagram und LinkedIn. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.